Wissenschaft kannte noch nie nationale Grenzen. Bei uns zählen Ideen und Argumente, auf keinen Fall aber Herkunft, Hautfarbe oder Religion. Wissen bringt die Menschen voran. Wissen, das in den Forschungslaboratorien der Max-Planck-Gesellschaft durch Menschen aus aller Welt entsteht. Der Beitrag eines jeden von ihnen stellt eine echte Bereicherung dar. Damit diese Menschen zu uns kommen und sich bei uns auch wohlfühlen, braucht es Offenheit, Verständnis und Toleranz. Eigenschaften, die wir in Deutschland immer wieder zeigen. Zeigen wir auch jetzt, wenn geflüchtete Menschen in Not zu uns kommen, genau dies. Zuneigung und Toleranz. Energie geht nie verloren. Dieses physikalische Gesetz gilt auch im Alltag. Insbesondere gilt es für die Energie, die für einen guten Zweck aufgewendet wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen erfolgreichen Lauf.